Dann fangen wir an, Bene! Ja, dann fange ich auch heute an, dann mache ich heute den Anfang und ich heiße euch herzlich willkommen hier bei GTA mit dabei, der Damian, der Vorlaute, ne? Dann haben wir den Falke mit dabei, den Jens, den Kirito, Lalluna, den Berst und den... ich traue mich gar nicht den Namen auszusprechen, den Samot. Ja! Samot Player, steht da! Ansonsten habe ich es einmal falsch gesagt. Ich glaube, du hast Jens jetzt vergessen. Nein, den hatte ich dabei. Oh, als dritter gleich. Mann, Mann, Mann noch. Entschuldigung. Gesundheit. Ja. Einen blöden Spruch und schon... bleibt da in deinem Hals stecken. Bei dir doch immer, Adami. Alles klar, the person you have got is definitely not failing. So, wie viele... wie viele Minuten wollt ihr denn diesmal für die längste Runde aus? Das geht. Zuerst mal würd ich sagen, lag frei, ne? Ja, ja... Oh, der Schubs ist grob. Also alle... Alle hinter Nummer... Zwei. Nooo... Ich schieb irgendwie alle... Was? Genau, vom Podix modiert. Wer ist der Weiße? Bene, das war nicht mit Absicht, das war der Windschatten. Naja, ist klar. Außerdem magst du wissen, wer weiß ist. Naja, nee, das weiß man nie. Ich durfte es einfach mal keinen Weiß nehmen. Ich durfte es einfach mal keinen Weiß nehmen. Gibt doch Gas. Sie, Jackie, du hast keinen Weiß nehmen. Warum nicht? Nee, ich durfte es nicht. Ja, aber es gibt da so eine Betitelung für, die ich nicht erfüllen kann. Ach, du meinst ja Spendung. Ja. Hm. Ah, da, 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 da! Ich hab' da mit! Aber Jackie, das hat nur noch geklärt, dass du dann das abgeranzt hast. Nein! Aber ich wollte es kann sein, wenn ich das abgeranzt bin. Ich will dich nicht wissen. Nein, 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 nein. Geht ja gut los hier. Noch mal Fehler. Sorry, Samo. Schurz mich nicht. Ach du scheiße, ach du scheiße, ach du scheiße, ach du scheiße. Ja. Nee, das wollte ich eigentlich nur mich mal hoch. Nee, Füße heute nicht haben. Ja, ich krieg ja nur 15 Sekunden. Ja, ich krieg ja nur 15 Sekunden. Oh, fang weiter. Boah, Jens! Wo geht... Ach, da geht das lang? Was sagt das so rein? Ja, stell dich doch... Ja, ihr stellt euch jetzt alle das... Weg da! Ja... Ja, ich konnte nichts dafür erstellen. Ja, ja, das sagen sie alle. Und dann sind sie schwanger, ne? Wir kennen das Spielchen. Hm... Kommt ihr klar? Ja... Das war eine geschlossene Meinung, alles klar. Ja, meine Meinung zählt, das kennst du doch wohl. Ich frag dich in einem halben Jahr nochmal. Äh, Runde 2? Na sicher. Na gut, ich fahre nochmal weiter. Nur, dass du mit den Insider-Infos arbeiten musst du. Selbstverständlich, was erzählst du sowas auch? Das war ja nur eine kleine Vorwarnung. Ja, also für alle, der Bene, der ist schwanger, ne? Ja, klar. Ja. Ja. Das ist wirklich gesparen. Also zigzag bringt nichts, ne? Ja, das ist wirklich klar. Da wirst du nur langsamer. Das ist ganz schön langweilig hier vorne. Kann mal jemanden aufholen? Ja, sorry, ich wurde aber irgendwie die ganze Zeit für jemanden gerannt und keine Ahnung, wer das war. Abbremmen wir. Und ich wollte sagen, ich konnte auch abbrechen. Das ist immer echt geschehen. Ne, das ist auch unmistisch. Kann er nicht, weil Bremse kaputt. Genau. Ja, wer bremst, verliert. Du kennst das doch. Das auch noch. Ja, das ist doch schlimm hier, ne? Ach, kriegt die Röhre jetzt nochmal so gut? Nein. Komm nicht. Doch, du machst das halt langweilig. Äh, sag ich dir, ich schlag hier vorne schon fast ein. Du kölst dich doch heute mit dem. Ernst? Ja. Genau das. Wohl. Ist er wahrscheinlich schon in Runde 2? Ja. Oh, ja, stimmt. Nein, Fehler. Oh, da kommen endlich mal Gegner. Mitspieler. Hallo. Da kommen endlich mal Gegner. Schön, dass du es nicht ausgesprochen hast, was du wolltest. Alles klar, ich bin gerade mal durch die Blöken gegangen. Ist ja aber zeitbar. Wer? Wer darf nicht hier rein? Oder einfach rein? Checky. Der vierte darf nicht rein, glaube ich. Wer? Genau. Der vierte? Nummer vier darf nicht. Ah, ist klar. Diese Brüder höre ich schon. Ja, Checky, ich guck dir dazu, dann schaffst du das. Der leise Bär hat sich schön auf Platz zwei geschoben, ey. Schöne Formationsfahrt. Oh, das war... Nein! Checky, komm, hey, hey! Da steht so ein Container, ne? Gegen den kannst du gegen fahren, dann kommst du da perfekt an die Röhre ran. Was machst du da? Ja. Bremst doch! Also an der Innenseite. Ich hab so gebremst. Ich hab so gebremst. Ah. Also du würdest da vorderräder nach unsere Hinterräder. Danke. Gerne. Taten wir jetzt mal in die falsche Richtung. War jetzt nicht dein Ernst, oder? Also das war jetzt grad der Facepalm schlechthin. Ja. Ich hab das das erste Mal auch nicht geschafft. Bist du dann in Runde zwei? Mhm. Ah, das ist los. Mhm. Komm, wir machen aus allen Platten. Das ist irgendwie das am besten. Probierchen. Und? Und? Boah! Der war gut. Ja, aber passt, ne? Mhm. Mhm. Ja, aber so musst du jetzt biswärts fahren, um vorwärts zu fahren. Und die Bütze? Ohne? Ah, das war nicht an dich gerichtet. Achso. Zack, Obst ist immer gut. Mhm. Und jetzt Vollgas. Überhol sie alle. Ich hoffe. Achso. Stammt. Wieso sagst du was? Haben sie alle Angst. Haben sie alle rein. Ich hab's auch so gesehen. Ach, ich hätte darauf geachtet. Sobald sie auf diese Start-Dings da fährt, fahr ich los. Ach, Mann. Ihr seid doch alle schitter. Echt, Mann. Schon mal was davon gehört? Frauen in den Vortritt und so? Ach, eh, eigentlich nicht. Oh, Rangel. Ein letzter Spiel. Wow, nur echt sexy, Mann. Das seht ihr echt so. Ich hab' nicht damit gerechnet, dass sie erster werde. Komm nur auf. Sehr schön, Team Maraplay geht in Führung. Nein, doch vielleicht. Aber diesmal das gesamte Team, das ist mal was Neues. N.J. N.J. Christoph holt den nicht mehr, oder was? Irgendjemand hat den vom Discord gehustet. Ich weiß aber nicht wer. Warten. Hatte da so'n Frosch im Hals. Äh, alle da. Ja. Ja. Liberator, oder? Yo, Liberator. Kann ich eigentlich überhaupt nicht laiden, aber nein, ja. Kann ich überhaupt nicht laiden, aber nein, ja. Aha. Ach, das schaff' ich doch diesmal eh, ne. Aber ich wette diesmal auf mich. Ja, bei der letzten Liberator-Math hab' ich mich etwa viermal verfahren. Alles Wunder. Ach so. Ist das schonmal ein guter Stockbild? Nein. Oh. Oh Gott. Kannst du nicht. Irgendjemand steht hier auf der Seite. Eilig. Geh weg jetzt. Was denn? Ich hab' gekochen. Na, wie schaffst du's fettisch? Na, wie schaffst du's fettisch? Buja Kasse. Oh Mann. Na dann selber. Geht mir ernst. Ganz vorwärts fahren ist besser als rückwärts. Ich wollte nur einen Punkt haben, Mensch. Wow. Alles klar. Da legt's ja einer auf den Kopf. Eck. Fort hier. Der Tor fort und kam nie wieder. Ja. Ja, sicher. Hallo, Sabot Player. Ey. Geh weg. Geh weg. Chris. Ich hab' dich echt vor durch gespuckt. Mann. Nice. Ich hab' den Punkt. Ich hab' den Punkt. Scheiße. Ja, ist geradeaus. Oh yeah. Ja, genau. Verschwindet. Nee. Ich hau ab. Ich hau ab. Ich hab' den App. Nein, geht's. Nein, geht's. Mit Schatten. Ach nee. Auch gut. Ach rau. Nee, aber mit Schatten. Geh weg. Die Wald. Geh weg. Nein. Geh weg. Nein. Nein. Nee, ist denn das hier vor mir. Der kommt hier rum. Jetzt lass mich einfach komplett überraschen. Geh weg. Oh. Also von diesem Mapperbauer will ich nie wieder eine Map spielen. Was? Das ist der beste Map am Bauer der Welt. Sagt ja von sich selber. Wow. Nee, so oft wie der die Stunt-Kamera eingeschalten hat. Alter, echt. Das ist voll der Dragonball-Style. Ja, Mann. Ja, Mann. Das ist von dem Mapp Scheiß. Richtig. Okay. Wie bitte? Leck. Okay. 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 Ihr solltet mal die HD 4K Download zum Hintergrund ausmachen. HD und 4K gleichzeitig. Wow. Ja, manche brauchen das in doppelter Ausführung. was er ein TK-Monitor und einen HD-Monitor haben so Boah hat sich so scheiße aufgehoben so ist das wer ist das? Rom ist bei mir die Farbe blau eingestellt, weil wir doch alle den Liberator hatten einer ist blau, einer ist weiß, einer ist rot naja, aber wir sind heute am Ende, also morgen reinschauen liebe Leute es geht weiter, wird lustig, ich verspreche es tschüss